auf zu einer neuen runde oh zombies ich höre zombies zombies ist blutung stoppen eigentlich läuft das doch über alexa sprachsteuerung alexa bitte blutung stoppen blutung wird gestoppt ist eine munitionskiste für alexa vor mir dreh dich mal um dreh dich mal um ich bin noch blind fisch genau ich höre sie schon wieder ballern dann können wir gleich in die richtung hier schnell die leiter hoch die vögel sind ja auch mal so nett die so vor einer auftauchen die ballern hier sehr in der nähe ach du meine güte die sind richtig nah das ist ja seltsam wo sind die denn okay haben sich echt aufgeteilt ja ja die haben sich aufgeteilt aber den der jetzt nah dran war den hört man gar nicht mehr schau mal nimm wieder ja warte mal können wir mal kurz hier abhocken oder ne warte mal ich komm hier auch mal rein war der oben auf dem holz hier irgendwie ich habe irgendwie schritt holzschritt gehört ich habe mich auch bewegt ich weiß nicht ich geh mal vor falls er mich abknallt dann weißt du wo der ist oh nein sagt mutter ich weiß nicht weißt du äh habe ich dich getroffen ich weiß es nicht ich habe einfach so aufwand gesagt achso oh und wer schießt aber auf uns wo ist diese scheiße art mutter wer schießt glaube ich auf uns okay oh super schlecht die kann uns das ist schlecht ah nein war ich das warte mal ich heile dich mal sorry ich wollte den schwarm doch nur vertreiben und dann hab dich äh so erstmal mal eine gegenspritze so das nie mehr vergiftet bin und dann gebe ich mir meine richtige ja aber es ist eh wenn du mit dem schwarm zu mir rennst dann erwischt der schwarm mich auch okay ja stimmt das wusste ich auch nicht hm wo ist denn diese blöde mutter sie muss ach da drüben auf dem dach so weg ist sie ah gut so wo geht es jetzt oh schon wieder oh nein wo ist die zweite eine scheinbar oh oh diese das ist so ätzend ne gerade hier ist sie direkt vor mir aber man sieht überhaupt nichts mehr ne ne genau so ging es mir eben auch alter ist sie zwei boah ganzes buck heftig hier ist noch äh munition ich weiß nicht ob die nutzen kannst für die pistole oder so ne kann ich leider nicht ok oh die verbann schon jemand ja ich sehe gar nicht wo naja hm was machen wir jetzt ja gute frage wo ist denn das nächste rätsel hier ähm der nächste hinweis achso da wir können ja auch da oben hier zum atompilz hingehen boah boah hier war ein gegner hier ist er ja ja hast du erledigt ich glaube der war idle oder so ich habe ihn erledigt weil er ähm oh das nenne ich mal gute reflexe genau weil er einfach nicht anwesend war hm gut dann haben wir einen weniger genau ach da verbannen die oder wollen wir zu den verbannen ja lass uns mal zum verbannen gehen ich will mal gucken ob wir die auch flammer platt machen können das sind auf jeden fall nicht mal mehr drei mhm weil eine hast ja schlafen geschickt genau ok das kann kann echt sein dass er sich da hingestellt hat und gedacht ich trinke mal schnell einen kakao oder so ja und dann ja der war ja wirklich abwesend ja ist hier lang oder ja warte mal ja hier lang ich höre es auch schon ja hä was ist denn jetzt los hier ich will doch nur zu dem Spiel hä jetzt zeigt er mir das Spiel nicht mehr an jetzt bin ich hier wieder in so einem komischen Modus ja alles klar so warte ich komme mal zu dir sorry hier ist ja irgendeine falsche Taste gedrückt oh jetzt sind sie aber ziemlich nah ne mhm das sehe ich genial weil man die hört ne das sehe ich genial weil man die hört ne das sehe ich genial weil man die hört ne das ich sage es ist echt genial weil man die so nahe hört scheiße und man fällt sich echt wie in der richtigen wildnis man hat echt schiss zu viel zu sagen nicht zu laut sein und in die Mitte ich mache es noch mal hier ich hole mich im die haben auf jeden fall eine trophäe aufgenommen dann ist ob ich schon wieder so ein scheiß drückt hier oben ich glaube die hauen ab aber dann können wir uns doch eine trophy holen ja genau da brennt alles ja ich hätte um fast in die luft geschossen in der hoffnung dass die troffen werden vielleicht ist nur noch einer über das kann sein dann kannst du dir die trophy holen müssen ich kann ja hier rechts gleich mal wenn das feuer weg ist hier rechts rein genau aber es breitet sich ja voll aus hier ach scheiß drauf löscht mich dann drin so dann kann man ja abhauen direkt hier links oben kann man abhauen und wenn du hier mitkommst ich denke mal der ist geht da auch da lang auch geil haben die die arbeit gemacht und wir haben eine trophäe aufgenommen ja nur aufpassen dass er uns jetzt nicht gleich weg trophäet ja da ist die kutsche ok weil ich sehe den typen noch nicht weil ich nehme an dass er da sein wird ja ich bin tot von wo hat er geschossen ich nehme mal an von der kutsche aus also du kannst auch warten bis einfach extrahiert wird und dann warte 30 sekunden und dann kannst du hindern oder wie du willst vielleicht ist auch schon extrahiert aber sonst kannst du nicht ja wieder will ich ich sehe ihn nicht mehr du hast den toten kopf naja jetzt ja wozu da ist direkt vor dir scheiße alter keine chance ich habe den nicht gesehen